Ja und heute machen wir eine kleine Quattour. Wir haben Quats gemietet, drei Stück und fahren jetzt ein bisschen hier rum und erkunden die Gegend. Das ist ein bisschen steig, ja? Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 wir haben jetzt hier einen Strand entdeckt, aber Campieren verboten, das sind die Quarks. Ein 300er Motor läuft nicht so schlecht, geht es gut ab. Und die anderen zwei sogar mit Seilwinde, auch ein 300er Motor. Aber jetzt zum Strand runter, einsam fast, also es ist ein Geheimtipp, die Einheimischen sind da, sonst keine Touristen. Die Karte ist ein Geheimtipp, das ist ein Geheimtipp. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017